Also ich kann nur mal einer erzählen, die war da und die sagte, von wegen kein Typ für eine Nacht. Hier ist Howard Carpenter. Hard Rock Café, Viertel nach Zweiter. Wir sehen uns lang schon an, mit dir zu gehen, das wäre so leicht, ich weib mich nur fest an. Ich muss zurück, muss wieder zu ihr, hab keine andere Wahl. Ich hab's versucht, ein paar Nächste lang, umsonst, ich bin nur mal. Kein Typ für eine Nacht, der am Morgen sagt, okay, das weiß ich auch. So kann ich niemals leben, nein, ich bin ganz bestimmt. Ein Typ für eine Nacht, der Mathe nimmt und einfach geht mit dem Kind. Vielleicht ist das die Freiheit, doch wem tut mir das nicht. Ich geh nach Haus und rede mit dir, das hier hat keinen Sinn. Läuft's auch mit uns, ob man nicht so gut, ich weiß genau, ich bin. Kein Typ für eine Nacht, der am Morgen sagt, okay, das weiß ich auch. So kann ich niemals leben, nein, ich bin ganz bestimmt. Kein Typ für eine Nacht, der Mathe nimmt und einfach geht mit dem Kind. Vielleicht ist das die Freiheit, doch wer tut mir das nicht. So kann ich niemals leben, nein, ich bin ganz bestimmt. So kann ich niemals leben, nein, ich bin ganz bestimmt. Kein Typ für eine Nacht, der Mathe nimmt und einfach geht mit dem Kind. Vielleicht ist das die Freiheit, doch wem tut mir das nicht. Kein Typ für eine Nacht, schön, dass ihr wieder Hello again zu Howard Carpenter sagen könnt.